Heute Abend ist es soweit, der erste große Hybrid-Test. Der neue Anschluss ist da und wir wollen mal schauen, ob das alles jetzt nicht noch in viel besserer Qualität funktioniert. Deswegen würde ich mich umso mehr freuen, wenn ihr heute Abend ab 19 Uhr live auf Twitch-TV dabei seid. Und wir spielen, wenn es schon für YouTube nicht reicht, den Traktor-Werkstatt-Simulator. Warum spielen wir den hier auf Twitch? Weil dann können wir das mal ein bisschen am Stück spielen, weil jedes Mal, wenn ich aus Versehen die Plus-Taste drücke, das spielt ja wieder bei Null anfängt. Was für ein Scheiß. Also, ich hoffe, ihr seid heute dabei, live auf Twitch-TV, 19 Uhr, Twitch-TV, Slash, Garderol, HD. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid und bis dann. Schönen Tag noch und bis heute Abend.